AWZ – Vorschaufolge 4191 Kim und Isabelle werden überraschend zu Verbündeten Kim erkennt, dass ihr Kampf gegen Stick das Prunkwerk in Gefahr bringt und schließt sich mit Isabelle zusammen, während Dennis bereut, sich gegenüber Patrick falsch verhalten zu haben und versucht, eine Aussprache zu suchen. Kim findet heraus, dass ihr Kampf gegen Stick große Konsequenzen für das Prunkwerk haben könnte und beschließt, Isabelle ein interessantes Angebot zu machen. Die beiden Frauen schließen sich zusammen, um das Schlimmste zu verhindern. Währenddessen sucht Dennis die Aussprache mit Patrick, um seine Fehler gut zu machen. Dabei wird Patrick überrascht, als er erkennt, dass zwischen Dennis und Imani mehr als nur eine Freundschaft besteht. Henning bekommt unerwartete Inspiration von Daniela, als sie als Rockerbraut posiert, und beschließt, sie mit einem Motorrad zu überraschen. Doch wird Daniela seine Geste zu schätzen wissen? Unterdessen geht es bei Jenny und Justus um die Liebe, denn während sie immer glücklicher miteinander werden, ahnen sie nicht, welches Unheil sich über ihnen zusammenbraut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017